Liebe Zuschauer, es gibt solche Kissen und es gibt solche Kissen, die gibt es nur bei Pearl TV. Guck mal, was ist denn das? Das ist ein Boyfriend-Kissen, damit sie keine einsame Nächte mehr haben. Ist das nicht herrlich? Ja, das ist die wohltuende Herrenhand, die sich um uns Thamen legt, wenn wir nachts mal nicht in den Schlaf finden, weil unser Mann auf Nachtschicht ist oder wir einfach notorisch Single sind. Ja, schauen Sie sich das an. Man liegt im Bett, hat schon ein Buch gelesen und denkt sich, meine Güte, das Kissen, was wäre das, schön hätte man einen Partner. Et voilà, das Boyfriend-Kissen, schön gemacht, ein halber Körper, zack, mit natürlich der wohltuenden Position, dass er gleich einen Arm um sie legt. Ja, auch da können Sie mal in die Hände greifen und jetzt erzähle ich Ihnen das Schönste. Dieses Boyfriend-Kissen, Ihr neuer Freund, Ihr neuer Partner, der schnarcht nicht, der ist nachts nicht feiern, der steht nachts nicht auf, der nimmt Ihnen nicht die Bettwäsche deckt und ich muss es ja sagen, ich habe den ja bestellt für meine Tante. Meine Tante wird am Wochenende 50 und meine Tante hat einen Herren, den sie ganz, ganz toll findet. Den findet sie super und da sagt sie immer auch, Mensch, der ist so super. Jetzt habe ich das Boyfriend-Kissen bestellt und habe jetzt einfach mal ausgedruckt, das Gesicht des Herren, habe das auf Pappe geklebt und habe das jetzt mal hier mit so kleinen Nadeln festgemacht. Was meinen Sie, was das für ein Lacher wird? Oder, Andreas, du kennst es auch, es gibt immer so Mädels oder Damen, die vielleicht auch Single sind oder wo der Mann viel weg ist, da ist das ein tolles Geschenk. Das ist grundsätzlich ein Megageschenk. Also wenn es was Lustiges sein soll, wenn es was sein soll, wo wirklich nicht so eintönig ist und vor allem nicht immer das Gleiche einfach, sondern einfach mal was anderes, dann ist das eine absolute tolle Idee. Das ist extrem lustig. Hier, der hat sogar schon sein Pyjama an. Also absolut genial, liebe Zuschauer. Natürlich auch der Preis bei uns. 22,71 Euro. Das ist wirklich ein absolutes Schnäppchen, denn es ist ja immerhin auch ein Kissen. Und Ihre Bestellnummer ist die NC 82, 72, die 569 am Ende. Und ich finde das so lustig. Ich könnte mich hier wirklich auf dem Boden kugeln, verlachen. Es ist natürlich eine absolut geniale Idee. Da muss man erst mal drauf kommen. Und wir haben auch ganz viele Zuschauer, liebe Zuschauer zu Hause, die sich das auch schon geholt haben. Hier aus Kerpen zum Beispiel eine Zuschrift. Eine nette Idee, wenn es mal was anderes sein soll. Dann aus Bad Bocklet. Das ist ein pfiffiges Kissen für einsame Nächte. Absolut kuschelig und perfekt geformt. Ideales Nackenkissen. Sehr bequem. Ich gebe es nicht mehr her. Und so, jetzt aus Gmunden. Es war eigentlich als Geschenk gedacht, doch jetzt wird das Kissen regelmäßig von mir selbst verwendet. Super Sache. Weil du kannst ja auch schön als Herr jetzt mal der Dame schenken. Wenn du jetzt Mann bist oder Sie auch ein Mann sind, der viel unterwegs ist, vielleicht auch geschäftlich, dann legt man da das Parfümverzeihung, das man selbst am liebsten trägt, auf. Man hat ja so einen Signature-Duft. Dann sprühen sie damit das Kissen ein und legen das mal der Dame hin, dass sie sich nicht ganz so alleine fühlt, wenn sie träumt. Schönes Geschenk, lieben die Frauen. Oder eben, wie ich auch schon gesagt habe, für all diejenigen, die einfach irgendwie keinen richtigen Partner finden. Und da überlegt man immer, was kann man einer Person auch schenken, die vielleicht schon alles hat außer Liebe. Da ist das natürlich auch ein toller Gag jetzt zu sagen, hör mal, ich schenke dir deinen Mann. Schreiben sie noch eine Karte mit dazu. Ich back dir nicht den neuen Freund, sondern ich bring dir gleich einen mit in die Kiste. Der schnarcht nicht, der interessiert sich nicht, der macht den Fernseher nicht laut, der guckt keinen Fußball. Das ist wirklich toll. Ja, und liebe Zuschauer, wenn Sie sich zwei bestellen, dann wird es natürlich richtig toll. Weil dann wird die Frau hier ja tatsächlich richtig umworben hier, wenn es da mal kuschelig werden soll. Also das ist wirklich absolut lustig. Ich nenne Ihnen nochmal hier die Bestellnummer NC8272, die 569 am Ende. Und mit der 569 sichern Sie sich hier auch unseren wunderbaren TV-Sonderpreis für unser tolles Kissen mit dem Namen Boyfriend. Und 22,71 Euro ist hier der Preis. Und ich würde sagen, da kann man auf jeden Fall mal zuschlagen. Es ist einfach eine tolle Idee. Ich lasse mich mal umarmen. Ich stelle jetzt vor, das wäre unser Kollege Ralf. Ralf hat mich hier im Griff. Ralf ist aber hell. Ralf, also wirklich. Ralf, Ralf. Aber Ralf ist doch nicht so hell. Nein, Ralf ist ganz lieb zu mir. Immer. Hier. Hier. Ganz lieb. Du kriegst auch ein Boyfriend-Kissen von mir. Gehen Sie in die Leitung und rufen Sie an. Boyfriend-Kissen, mit dem man auch übrigens keine Streitigkeiten hat, oder? Nein, da kannst du richtig hier. Gehen Sie in die Leitung-Kissen-Kissen-Kissen-Kissen-Kissen.